Ich glaube es ist soweit! Sicher! Ich glaube es geht um alles, dass die guyen. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Das war's für heute. Ich hab hier tatsächlich einen Fehler gemacht. Es muss ja natürlich noch alles gut funktionieren. Alter! Alter! Bin ich besoffen? Wieso klicke ich auf Neustart? Bäh! 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 Eingeschlüsse Runde will einen Arsch. Das Problem ist, die fliegen genau meistens da rein, wo die Scheißschildern sind oder die Zielscheiben halt. Und nicht da, wo die beknackten Panzer sind. So, ich mach erstmal 74. Was mit 75? Äh, ich mach, ich schreib mal kurz da. 75 Angel. Stärke ist 43. Äh, 93. iPhone 9, 되고竽�� 5,6,2,2,7,1,2,4,0,6,1,5. So, ich dis platformen ist 7,5,4,5,6,1,1,1. Fandace ist 17. 70 ist okay Und was sagt 67 Und 67 ist okay So 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum ist der eigentlich nach links gegangen? Oh scheiße, oh der war doch gut. Wollte er schon tot, ja Jesse? No! Uh oh. Was machte denn da, Gass? Nein! Ja, fliegt er noch weiter! Am schwersten ist eigentlich Jessie! Der Ansatz war schon mal nicht schlecht! Der Ansatz war schon mal nicht schlecht! Okay, das ist hier normal, das so leuchtet! Ja, jetzt auf einmal wieder! Aber hat der auch Schaden bekommen? Ja, doch! Oder? Das war nicht klappen, aber naja! Katze fliegt und siegt! Wie ist jetzt am besten, Jessie zu besiegen? Eigentlich, wenn es hier raufknallt und dann da! Gegebenenfalls hier! Oder eigentlich den Zipper! Fliegende Fischer! Nein! Leck mich doch am Arsch! Ja, vernünftet dich ruhig selber! Ich hab kein Problem damit! Der Betrug ist wieder mal real! Mann! 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 filg, den Es war zwar gut, dass er Gas getroffen hat, trotzdem wollte ich nur Jessie haben! Gas zerstört sich gleich! Mtu! overly Doch! Haha!